In der Arena war ein Blumenladen, und den habe ich tatsächlich ignoriert, bei den letzten Folgen. Rechts neben der Arena war ein Blumenladen, und von der bekommt man nach dem Orden eine Gießkanne, eine Schickelkanne. Die habe ich geholt gerade, weil ich habe nachschauen müssen, es tut mir leid. Dann habe ich den Mogelbaum gegossen, und den Mogelbaum habe ich nicht gefangen, der war mit Superball nicht zu fangen. Ich habe drei Superball verbraucht, habe ihn besiegt, ich weiß ja, dass es noch irgendwo einen Mogelbaum gibt. Ich muss ja den irgendwie mal fangen. Und bin dann nach rechts zu Route 31 gegangen, um den Brief abzugeben, und der hat mir bloß gesagt, oh, in der Dunkelhöhle gibt es einen anderen Eingang, oder einen anderen Weg. Wo ist eigentlich die Dunkelhöhle? Silberhöhle, da. Dunkelhöhle. Soll ich da jetzt auch mal reingehen? Das würde mich jetzt tatsächlich mal ein bisschen interessieren. In dem Brief stand ja, dass es in der Dunkelhöhle einen Weg gibt. Kann sein, dass ich jetzt wieder Zeit verschwende. Wo waren jetzt dann ja eigentlich die Dunkelhöhle? Das ist jetzt die große Frage. Den Eingang weiß ich nicht mehr. Gegen-Gift-Gear-Bärry. War die denn jetzt? Wird jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt, aber die war doch, glaube ich, sogar da. Der Eingang. Da kommen jetzt die kleinen Pokémon wieder, oder? Kann sein, dass ich jetzt einen großen Umweg gehe. Nein, den finde ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich jetzt noch, wo es weitergeht. Weil wir haben den Mugebaum besiegt. Das heißt, wir können jetzt da weitergehen. Die Dunkelhöhle finde ich jetzt einfach nicht. Da kann jetzt ja ewig rumlaufen. Vor allem immer, wenn wir unterbrochen werden von Angriffen. 15 EP ist ja nichts mehr. Dann gehen wir jetzt weiter mal. Oder war die da oben? Nee. Doch, da sind wir da. Okay, wir schauen mal kurz in die Dunkelhöhle. Bin jetzt so ein bisschen gespannt. Ähm, Blitz hat Huhn. Kann man ja, kann man ja nicht da irgendwo nicht weiter? Da kann man ja doch, genau, da kann man ja nicht weiter. Es gibt ja einen anderen Eingang anscheinend. Mit Surfer kommt man da weiter. Zubat. Ja, dann hat sich das eigentlich wieder erledigt. Mit Surfer könnte man da irgendwie theoretisch weiter. Na gut. Die Musik ist geil. Da hinten? Nee, da ist nichts mehr. Na, schau her. Dann gehen wir jetzt einfach weiter. Der Magni kommt einfach weiter. Ja, den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ich kann ja mal kurz in den Markt schauen. Jetzt ist da Puck-Superbälle. Puck-Superbälle plus. Ich könnte mir Mama welche kaufen. Nein, nein. So, dann schauen wir mal. Wir gehen jetzt da zum unentdeckten Terrain. So, und hier kann man jetzt nach oben. Gehen wir mal kurz. So. Wie gut ist das? Ich setze den Schaufler ein, um einen Eingang eines Ortes zurückzulangen. Das ist sehr nützlich beim Erkunden von Höhlen. Das ist wie Fluchtzeil. So, hier sind doppel. Hä, waren wir da nicht schon mal? Waren wir da nicht schon mal? Teak City? Nee, waren wir noch nicht. Nee, waren wir noch nicht. Jo, Nora und ich arbeiten immer zusammen. Es gibt doch keine Doppelkämpfe, keine Doubles. Hoffe ich. Und anscheinend doch. Zwilling, Nora und Jo. Nora, Jo. Jo, Noro. Puffi, Liluf. Oh, jetzt wird er auch ein bisschen knapp hier. Das ist eine sehr gute Taktik. Autsch. Na, ist er ja. Nein. Oh, zum Glück. Oh, das wird das Schwierige. Uh, das wird aber das Schwierige, Kampf. Aber wenn James es schafft, dann hätten wir gute XP. Nehmen wir die Song. Oh, ich hasse ihn. Ich schlafe immer so lang bei den Kämpfen. Oh. Ich denke, es wird ja gut an heute. Immer noch. Es waren doch schon fünf. Bitte nicht. Aber, komm, Nora. Oh. James ist aufgewacht. Auch nicht, wir sind blockiert. Das ist nicht mein Kampf. Es wird ewig dauern. Oh, schon ein Tackle ist gut. Gut. Jetzt bin ich erschrocken. Ein Tackle ist fast besser als die Akonari. Tod. Und, ah, schade. Bleiben wir mal dabei, weil ich hab der Fluch eingesetzt. Pipi und Pummeluf. Machen wir ein Tackle dann. Oh, oh. Der macht wieder fünfmal. Ne, doch nicht. Ja, der Tackle ist gar nicht so schlecht. Ist es wirklich stärker als Akonari? Ah, ist immer noch blockiert. No. Jetzt kann man es eh nicht mehr testen. Jetzt haben wir dann gleich wieder Level 19, James. Nicht mehr blockiert. Gehen wir mal. Ah, toll, es ist noch schwächer. Es wäre noch cool, wenn wir eine Zube-Attacke könnten. Oh, schön. Und Level 19. Konfusion wäre so schön. Und? Nix. Und du bist gemein. Wir fühlen dasselbe wie unsere Pokémon. Ich kenne die Gedanken meiner Schwester und die meiner Pokémon. Und da geht's hoch. Und da geht's dann dahin. Neue Pokémon zu ergründen. Dann wollen wir ein Pogge-Pogge-Pogge-Pogge-Level. Larius. Was könnte denn da für Pokémon umliegen? Interessiert mich jetzt. Taubsee. Was ganz Neues. Aber Level 15 sogar. Level 15 ist eigentlich schön zum Leveln jetzt. Nein. Ich hoffe, das riecht so gut. Weizen wäre gar nicht besser gewesen. Da sind doch ein paar Angriffe zum Durchsteigen. Autsch. Autsch. 117. Gross. Ich hoffe tatsächlich auf ein Feuer-Pokémon. Aber ich weiß nicht, wie man Fulcano oder das Hundemon findet. Aber das wäre halt meine Schwester gern. Autsch. Da wollen wir mal echt aufpassen hier. Vielleicht brauchen wir einen Heiltrank. Das ist bei wilde Pokémon. Ich muss unbedingt leveln, ey. Was sollen wir dafür trinken? Gar keinen? Kein Trank mehr? Ja, krass. Bären. Leber. Route 7, 8, 6 und 3, 7 und 3 sind die Fundorte von Fulcano. Oh. Oh. 7, 8, 6 und 3, 7 und 3. Das wäre doch eigentlich mal ein Plan, dass wir den holen. Ei, ei, ei. Yes. Level 18. Das ist auch Gold-Eklusiv und Silber würdest du jetzt nicht kriegen. Ja, dann machen wir Fulcano. Bitterkuss. Was ist Bitterkuss? Kannst du mir das ganz kurz sagen, Lisa? Bitterkuss. Soll ich nehmen, ja oder nein? Weißt du das? Bitterkuss, Bitterkuss, Bitterkuss. Dann mal, ich fotografiere mal das bei der 7, 8. Das verwirrt. Oh, das ist gut. Das nehme ich. Das nehme ich. Jetzt fotografiere ich mal bloß die Zahlen, die du mir aufgeschrieben hast. Dann holen wir uns Fulcano. Dann haben wir Feuer-Pokémon und meine Schwester-Liebfulcano. 7, 8, 6, 3, 7 und 3, 7 und 3, 6. Äh, Scham. Ich würde Scham wegmachen. Das würde ich, glaube ich, eh nie nutzen. Metronom. Metronom fand ich eigentlich eine Kacke. Das werde ich auch nie nutzen. Nicht nur Scham weg. Lieber verwirre ich doch den Typen, als mit Scham. Ähm. Das ist 7 und 8. Das war mal 36. Das ist sogar 36. 37. Das heißt, wir könnten jetzt hier Vokanos suchen. Das ist ja geil. Nein. Dann probieren wir mal vielleicht das Überlebt-Toggebi noch. Hi. Ich bin Sonfried. Von Sonntag soll heißen, heute ist Sonntag. Man hat mir aufgetragen, dir das zu geben, wenn ich dich treffe. Magneton. Was ist Magnet? Dieses Ding. Was war das noch mal? Ich erinnere mich. Ein Pokémon, das Elektroattacken verwendet, sollte dies erhalten. Meine Schwester Monja behauptet, es verstärkt... Yes. Das ist alles für die Lisa. Das machen wir. Ein Item für die Lisa. Das ist doch schön. Wo finde ich das? Da. Gib. Jetzt hat nämlich die Haru das mit den Pflanzen und Lisa kriegt das für die Dinger. Aber wenn es Sonntag ist, dann müssen wir eigentlich nochmal zurück. Weil irgendwas war am Sonntag. In einem großen Heinkaufszentrum war am Sonntag was. Da will ich mir was geben. Wo steht denn eigentlich der Tag? Da muss doch irgendwo stehen. Sonntag. Sonntag. Oh. Wir müssen nochmal zurück, Leute. Wir gehen jetzt gleich nochmal zurück. Aber wie, die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es, dass wir den Vokano finden? Wahrscheinlich nicht groß. Jetzt kommt es. Pass auf. Und ich glaube sie. Nohoho. Lisa wird jetzt ungesiegbar. Kann doch auch leveln. Wir müssen zurück. Wir sind im Sonntag zurück. Der Sonntag. Der Sonntag. Der ist ein wichtiger Tag. Hallo Tralex. Wie läuft es im Turnier? Ich habe gesehen, du hast Wario verkackt. Im Loser's Bracket. Also einmal hast du im Loser's Bracket einmal Vokano, äh Wario verkackt. Dann bist du auf Luigi umgestiegen. Den hast du dann besiegt. Also mit Luigi, es waren dann 1-1. Und dann stand es 2-1. Und wie weit bist du jetzt gekommen? Wie weit bist du gekommen? Oh, weibliches. Das Neue? Sieht echt gut aus. Aber am Ende. Ich habe verloren. Stand 1-1. Ah, schade. Ah, okay. Ich meinte, das hast du gewonnen. Dann habe ich mich verguckt. Ich schaue mal kurz. Mich interessiert das jetzt. Einer Tralex. Ah, stimmt. 2-1. Da hat er Lucina genommen. Und dann... Okay. Ne, du bist ja weitergekommen. Genau, das meine ich ja. Du bist im Loser's Bracket gegen King Kong weitergekommen. Weil du gewechselt hast. Und dann hast du 0-2 verloren. So steht es auf jeden Fall in Star Chi Chi. Und Darkie führt immer noch gegen Schichti. Gerade. Beide waren über 100. Ach, Kill-Procent. Über 100. Gott. So, jetzt schauen wir mal zu dem... Wir müssen jetzt mal kurz zu dem Einkaufszentrum schauen. Und mit allem reden. Ich hab doch durchs Nicht-Vergessen. Das war doch im großen Markt. So, wo war der? War nicht unten. Oder? Das war eine Frau, glaube ich. Wieder? Müssen wir jetzt alles durchklicken. Wenn wir doch im Erdgeschoss schauen. Das war ja doch im Erdgeschoss. 2-1 verloren. Also bei mir steht... Bei mir steht bei Star Chi Chi, dass du King Kong 2-1 gewonnen hast. Und Benslay 0-2. Hast du auch gewonnen. Bei Hydro hast du dann verloren. Also du hast dann mit Luigi im Loser's Bracket doch noch was gewonnen. Ah ja, okay. Ja, Scheran war's doch so. Ich freu mich schon heute wieder am Einkaufen. Kann man jetzt sehr gut im Schneppchen finden. Alle haben nur Counter gegen mich gepickt. Tja, keiner mag Luigi. Das Kaufhaus bitte für große Auswahl. Oh Mist, jetzt finden wir das nicht. Wo ist jetzt die Sonntagsfrau? Die war auf jeden Fall im Einkaufszentrum, oder nicht? Wenn wir ganz hoch schauen. Ganz oben. Ja, so viel Zeit haben wir. Ihr kennt ja meine Spielweise. Meine Spielweise ist ewig. Das ist doch nicht im Einkaufszentrum. Wo war die da? Geheimgabe Mit nur einem kleinen Piep Erhältst du ein Geschenk Dschunglär Ich bin's Das war jetzt der Piep Geheimgabe Wie mache ich jetzt das Pieps? Wie mache ich den Pieps? Ich habe keinen Pieps Kopfnuss Blitz Der Schneider Mit einem kleinen Pieps Hat er Pockeflöte oder sowas? Radio? Aufwecker? Mist Das Spiel ist zu schwer für mich Münzkorb Ja, dann bin ich zu dumm Ich muss Piepsen Ich hätte doch das Radio, oder? Das Handy Na ja, gut Jetzt habe ich mich kurz gefreut Aber wenn das Spiel schwieriger ist als Keine Ahnung Keine Ahnung Ich weiß es nicht, Leute Wir gehen uns heilen Dann geht's weiter Trink Wasser Trink Wasser Das ist aber auch kein Piep 11. 14. 15. 16. 16. 17. 16. 16. 18. 19. 20. 20. 21. 25. BAM! Könnten wir auch noch mal das Käferturnier versuchen, weil... Probieren wir es mal. Ah ok, das sind halt nicht. Käferturnier geht nicht, Lisa. Anscheinend muss ich noch mal schlafen oder so. Abgehalten? Nimm doch einmal daran teil. Ich habe es schon einmal gemacht, Lisa. Einmal. So, der wird ja auch geholzt. Jetzt ist noch das Schaf so schön groß. Aber bald nicht mehr, glaube ich. Kann sein, dass es zeitabhängig ist. 21, ey. Also sollen wir mal schauen, ob wir unser Vulcano finden? Das kann ein bisschen dauern, aber immerhin kann man dann leveln. So eine Vulcano-Suche. Okay. Dann hätten wir unser ganzes Team komplett. Das wird gelb, die letzte Entwicklung. Ist aber auch schön, wenn es gelb ist. Ist auch schön. Du magst auch gelb. 36 und 37. Gelb ist auch cool. Kannst du mich ganz kurz eine Frage beantworten, Lisa? Ja. Wie entwickelt sich eigentlich Trallix? Äh. Ähm. Ah, da ist es! Wie entwickelt sich der Larius weiter? Der Togebi? Ah, Vulcano! Trallix. Hehehe. Ähm. Wir machen mal Kopfnuss. Noch eine dann. Gagaga. Ich glaube, ich speichere das jetzt dann gleich. Nein! Brüller! Brüller haut mich weg! Oh ne! Das war doof. Oh, das Ding ist auch cool. Levelausstieg bei hoher Freundschaft. Ja, wie macht man da Freundschaft? Ich weiß ja nicht mehr, wie das geht. Smaaaash! Wie macht man da Freundschaft? Oh, Söhre Engelchen. Ach, die Weih schaut schon cool aus. Oh, Banana! Hallo, Monte. Wie geht's dir? Wir haben gerade wohl Kano da gehabt. Jetzt denke mal, speichere ich gleich. Aber Safe Stakes. Kann mich nicht beschweren. Ah, sehr schön. Boah, 306. Hey, wir können ja da verleveln. Wir können hier leveln, Leute. Dass wir alle mal auf Level 20 kriegen. Ja, da ist es. Wir speichern. Moment. Level 15 sogar. So. So, wir speichern jetzt. Ich mach jetzt mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen tricksen darf ich jetzt auch mal. Ein bisschen, ich darf doch auch mal ein bisschen ärgern. Machen wir einen Bitterkuss. Dass er vielleicht, wenn er halt reicht Glück, dass er nicht Brille einsetzen kann. Oh. Er kann sogar schon Blut. Okay. Okay, es geht nicht. Weil er anscheinend männlich ist. Oder keine Ahnung. Ich probier's mal nun mal. Dass wir mal wissen. Jetzt geht's. Okay. Muss man wohl Kano auch wieder leveln, Leute. Ähm. Vielleicht muss er keinen Brille einsetzen. Okay. Komm, die Runde war jetzt so gut. Die speichern ich jetzt auch. Ich mach jetzt mal so richtig auf. Mit Save States. Das heißt jetzt vielleicht nicht gewohnt von mir. Aber ich hätt gern das von Kano. Ich weiß, das heißt jetzt nicht gewohnt von mir. Aber ich spiel jetzt schon Mainstream anscheinend. Oh. Bitte nicht. Ah, perfekt. Nein. Let's Brille. Okay. Aber das ist interessant. Das heißt. Wie kann ich das eigentlich laden? Ich mach jetzt Load. Das ist dann das Erste, oder? Genau. Ähm. Wir probieren's mal nur noch mal, ob das gleiche noch mal passiert. Okay, das ist gut, aber ich bin jetzt tot, gell? Macht jetzt nix. Ähm. Teckel von... Machen wir mal Lehmschelle. Ich glaub Lehmschelle ist nicht so stark. Okay. Es passiert immer was anderes, gell? Habe ich gemerkt. Jetzt hat er keinen. Kann er nicht anfangen dürfen? Okay. Jetzt ist er tot, oder? Ah, schade. Wie mach ich denn das jetzt so? Ja. Einfach nochmal bitter Kuss. Und hoffen, dass er sich selbst verletzt. Ne, jetzt hat er sich nicht selbst verletzt. Aber vielleicht beim zweiten Mal? Bitte. Selbst verletzen. Ja, okay. Und jetzt mal schauen, ob's ausreicht. Sollen wir das auch speichern? Sollen wir das auch speichern? So, anderer Slot. Wo ist Hundemann? Wir machen doch kein Hundemann. Wir machen doch kein Hundemann. So, und jetzt... Sollen wir Glück haben, oder? Bitte, 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 bitte. Ja! Ja! Oh, dankeschön für den Daumen drücken. Es ist von Natur aus tapfer und vertrauenswürdig. Es scheut nicht vor starken Gegnern zurück. Wir können jetzt eine Anna oder Valkyria nennen. Aber eigentlich nicht mehr Anna, weil wir haben auch Lisa. Jetzt bin ich glücklich. Ähm, die Frage ist, kommen wir jetzt eigentlich auch gleich hoch? Aber gehen wir jetzt runter zum Heilen. Wie weit ist denn die Stadt noch weg? Achso, wir brauchen den Sprite. Oh, wir brauchen den Sprite. Wo setzen wir den? Oh, jetzt wird's ein bisschen eng mit unseren Pokémon, gell? Das muss jetzt sein. Ähm, wir machen mal Fulcano. Wie heißt denn das auf Englisch? Äh, ladet. Ähm... Der heißt Grow... 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 Lied... Light. Grow... Lied... Was ist denn das für ein Name? Grenfier Sprite. Oh, süß. Das ist ein süßes Bild. Das nehmen wir. Das ist ein süßes Bild. Bild speichern unter. Oh, da freu ich mich. Ähm, Twitch Bilder, dann auf Pokémon und Speicherung. Ähm, dann brauchen wir das Pokémon Nr. 6. Jetzt brauchen wir Pokémon Nr. Aber wenn Arcani drauf ist, wird's ein bisschen eng. Wenn Arcani kommt, wird's eng. Ah, Mist, ist es kein P.G.N. Ähm, warum ist es kein P.G.N. Ähm, Moment. Warum ist es kein P.G.N.? Warum ist es kein P.G.N.? Gratulation! Wir haben einen neuen Champion! Punkt... P.G. meine ich. P.G. Probieren wir's jetzt da. Schaut nicht gut aus. Äh, du meinst wohl P.G. Gönnt ihr jetzt einen saftigen Burger? Lecker! Äh, wir versuchen mal kurz, wie das P.G. zu kriegen ist. Warum krieg ich das jetzt nicht her? Das ist auch kein P.G. Nehmen wir mal auf Bilder. Ich finde aber jetzt nur das eine. P.G. Probieren wir mal das da. P.G. Images. P.G. Wir probieren's, Leute. Wir probieren's. P.G. 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 Das ist auch nett. P.G. Das ist zu pixelig, aber vielleicht ist das eins, anscheinend ist das eins. Wo ist das jetzt runtergeladen? Die nachfolgende Sendung verzögern sich, gibt es ja nicht. Wo ist das jetzt hin? Speichern unter, Pokemon.png Ärgerlich. Ja, da muss ich es aufs Offline verschieben. Ab nächster Folge wird dann schon mein Focano da sein, aber ich krieg's nicht hin. Ich finde kein PNG von Focano. So, hier nochmal ein Trainer. Was hat denn der? Brandbeere. Könnte man eigentlich gleich mal hochsetzen, kann man ganz, äh, gleich mal wechseln. Dann gleich wieder weg, dann hat er ein paar XP. Ich werde dir zeigen, wie fruchterregend das ist. Das Einschlafen? Oh, oh. Psycho? Das heißt, der schläft jetzt alle ein. Oh, wie süß, schaut's mir's an. Ist das nicht süß? Nehmen wir mal hart oder hohen. Nehmen wir mal hart oder hohen. Nehmen wir mal hart oder sicherheit oder hohen. was ist das denn? Ach, das stimmt. Aber so klar. Ich hab' auch Hypnose. Ach, was gibt's jetzt? So unfair. Ja, genau. Ich hätte schon ein paar Mal Schnabel machen können. Und er trifft natürlich. Jetzt wieder 5 Runden nicht angreifen. So, einmal. Trauenfresser, jetzt kriegt er noch Energie. 2 Mal, ah, ich bin aufgewacht. Jetzt aber. Ich habe dir einen Vulcanus-Sprite in Discord geschickt. Dankeschön, mod-mäßig Elisa. Okay. Ich habe verloren. Wie bedrücklich. Im Kampf stellt eine gute Taktik dar, um die gegnerischen Pokémon in Schlaf zu versetzen oder zu paralisieren. So, wir holen uns den Sprite. Wir holen uns den Sprite. Von der Lisa. Ja, das ist genau die, wo ich gesucht habe. Der ist sauklein. Ich bin gespannt, wie der zu einem ausschaut. Den habe ich auch gehabt, aber mir wurde kein PNG draus. Obwohl ich das eingeben habe. So, ich habe nämlich 2 verschiedene Dinger gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt, weil der so klein ist, wie der in groß ausschaut. Twitch-Bilder. Klack-a-di-klack. Dann brauchen wir Pokémon 6 und dann das. So, da ist er. Oh Gott. Der ist ja klein. Aber er wird schön. Okay, er wird schön. Aber der ist halt verschwommen. Ist klar. Er ist schon sehr verschwommen. Aber vielleicht für das nächste Mal dann. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wie machen wir jetzt die Anordnung? Wir haben keinen Platz mehr. Können wir den auch spiegeln? Transformieren. Der ist echt verschwommen. Aber der ist halt so klein gewesen, weißt. Bei mir war der aber auch so klein. Aber so ungefähr. So schaut es doch süß aus. 37. Kommt jetzt eigentlich keine Stadt. Ich suche jetzt mal eine Stadt. Ich will heilen. Und dann leveln. Ach, was mache ich denn? Sehr schön. Wir heilen uns jetzt da. Oh, das ist die Arena sogar schon. Welche? Jens. Der mystische ist Seher der Zukunft. Oh nein, kein Psycho-Arena, oder? Ist das eine Psycho-Arena? Ich habe Angst. Oh Gott, was passiert hier? Nein, das ist der Akuma. Oh nein. Wir wollen gegen den kämpfen. Ich bin Bill. Ach so. Das ist sein PC-Inhaber. Du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Und ich bin soeben mit dem Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Meine Zeitkapsel ermöglicht auch Tauschhandel mit der Vergangenheit. Aber du kannst nichts in der Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Solltest du das versuchen, erleidet der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was es in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine neuen Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel. Ich werde nichts machen mit der Zeitkapsel. Schon morgen werde ich Zeitkapsel in allen Pokémon-Centern verfügbar sehen. Also ich kann anscheinend Pokémon selber tauschen. Für die Vergangenheit in Zukunft. Dann kann ich dich so entwickeln lassen oder was. Ah, der ist jetzt in Duka. Okay, wir können mal in ihrem Weg die Such abstatten später. So, jetzt können wir leveln und dann entdecken wir mal die Stadt. Also ich möchte halt eigentlich schon alles auf 20 haben. Aber ich glaube, die anderen ist jetzt natürlich so klein. Die anderen schaffe ich noch auf 20. Aber die Musik. Wow. Ich will fuchzen. Also ich würde jetzt dann einfach wechseln. Ich will jetzt nicht mehr Attacken. Oh. Mit Larius. Dann machen wir also James auf level 20, dass wir den fertig haben. Weil level 20 ist eigentlich so ein Ziel, wo ich mir gesetzt habe. Und ich bin ja, ihr kennt mich. Ich mache ja alles so gleichmäßig immer. Ich weiß schon, andere haben eine andere Taktik. Wir haben ein Pokémon immer 20 Level höher oder so. Aber irgendwie ist es doch ein bisschen langweilig. Also ich möchte euch mit jedem kämpfen. nochmal Tackle. Ja, Tackle ist besser als Volltreffer, ich glaube. Ja, das ist auch besser. Und EP-Teile mag ich auch nicht so gerne. EP-Teile ist dann auch wieder so, dass du immer so ein Pokémon vorne hast. Das ist auch genauso langweilig. Ich mag das alte System eigentlich lieber. Ich meine, Grinden könnte irgendwie dazu. Das war für mich irgendwie schon immer so. Eigentlich können wir auch Vokano mal probieren, selber das zu besiegen. Aber es wird schwer. Wir probieren es einmal. Na ja, der kann Hypnose sehen. Oh Mann. Da müssen wir wechseln. Wir können es aber auch so machen... Oh, komm. Wir können es auch so machen, dass wir... Wir hauen jetzt ab. Geht nicht, okay. Dass wir... Nur James und... Ich würde es mal sagen, nur James und Laris hauen wir jetzt so hoch. Und Anna versuchen wir vielleicht sogar... Bei Trainern dann. Weil da gibt es ja mehr. Ach komm, okay. Das ist nervig. Kann ich da bitte flüchten? Wow. Wir wechseln mal ganz kurz zu Haru und Flüchten. Jetzt macht er wieder Hypnose. Dann schlafen alle meine Pokémon. Ha ha ha. Äh, was machen wir jetzt? Huhn. Der trifft Hypnose immer, gell? Er trifft Hypnose immer. Habt ihr noch mal ein Vokano geschickt? Perfekt. So. Das kann man eigentlich schön da leveln, schon mal her. Da kann man richtig, richtig schön leveln. So, jetzt schauen wir mal das neue Vokano an. Ah, das schaut schon besser aus. Dankeschön. Ähm... Und sogar das schreit nicht so böse. Jetzt können ja die spielen miteinander, die anderen. Äh, so. Jetzt pass auf. Patsch. Oh Gott, ich brauche, ich brauche das Spiel, glaube ich, ewig. Merkt ihr das, wie lange ich für das Spiel noch brauche? Aber eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Das ist ja eigentlich schön, wenn es so... Aber ich sollte halt öfter spielen. Ich spiele halt die Spiele zu selten, dass die mal vorangehen. So, Pokémon 6. Dann haben wir da das Vokano. Und dann müssen wir auch wieder spiegeln. Boah. Hohoho. So passt's. So groß wie Arcani. Boah, ist das süß. So sogar passt eigentlich, gell? So passt eigentlich ganz gut. Jetzt haben die zwei miteinander, also die Lisa mit den Lade zusammen. Das passt so, als würde das echt so gezeichnet worden sein, dass Toge wieder hochschaut zu der. Aber das ist ja eigentlich Zufall, gell? Und... Ja, und Fleckmann spielt mit Vokano. Haru möchte ich halt eigentlich auch mitspielen, aber kann irgendwie nicht. Und Huhn beobachtet alles. Huhn beobachtet alles. Ich wusste gar nicht, dass du im GSM-Server bist. Ja, doch, stimmt, da bin ich auch. Warum eigentlich? Warum bin ich da eigentlich drin? Aber wenn natürlich jetzt dann Arcani, wenn jetzt Anna sich entwickelt, wird's ganz schön eng. Mit dem Platz. So, warte mal, wir machen jetzt folgendes. Togepi kann sich gut alleine verteidigen. Die tun wir jetzt mal auf 20. Dann brauchen wir bloß noch James auf 20. Und Anna kriegen wir ja anders hoch. Dank in der Arena sogar. Also schon immer die Anna vorschicken und dann gleich wechseln. Und so können wir dann die Anna leveln. Ach, bumm. Klasse Sandwirbel. Also heute mögen mich die Gegner nicht. Wusch. Alter, ist es stark. Aber das Volltreffer gilt dann für immer, oder was? Also wenn man einen Walzer einmal getroffen hat, kann man, glaube ich, nicht von jedem treffen. Oh, schau mal her, wie schön. Ah, wir leveln halt hier. Rucki zucki hibi. Okay. Das wird ja immer mehr. Es gibt ja immer mehr auch. Wow. Das war jetzt eigentlich eine normale Attacke schon, gell? Oder eine Bodenattacke. Nee, eine normale dann. Schau mal her. Was geht da? Joi. Oh, das ist das höheres Level, oder? 14, nee. Gut, dass wir jetzt den Tipp von Alisa bekommen haben. Nein, nein. Okay, gegen Vulcano kann man nicht leveln. Gegen Vulcano kann man nicht leveln. Dann können wir gleich flüchten. Was bringt ein Brüller eigentlich? Das ist echt eine doofe Attacke. Das Geräusche. Also, das ist effektiv. Oder ist das effektiv? Was ist denn das denn für... Okay, ich muss mal nochmal lesen, was das für Attacke ist. Was ist denn effektiv gegen Flug-Pokemon? Ja, vielleicht schafft's. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch eine. Nein. Hier kann man eigentlich den Pokédex-Eintrag anschauen. Oh, okay. Gestein! Jetzt macht das natürlich Sinn. Jetzt macht das natürlich alles Sinn. Okay, deshalb muss ich wissen, dass es Gestein ist. Oh, komm. Das hat den Handy direkt nicht so auf eigentlich. Kann man den irgendwie löschen? Das glaube ich... Das... Das... Haben die das bei anderen Pokémon-Spielen wieder eingeführt? Oder haben sie das draußen gelassen, das mit dem Handy? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich bin tot. Das macht er dann wieder Hypnose. Ich hätte eigentlich auch Gnaden nehmen sollen. Das Überblick ist wie so Laserstreu. Hm. Kann ein bisschen dauern. Aber der macht keine Hypnose. Wow. Volltreffer. Und zum Glück können wir gleich heil nehmen. Wenn er stirbt, können wir noch Anna holen. Bitte, 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 bitte. Oh, Gott. Im Remake von Gold und Silber ist es, glaube ich, wieder. Logisch weiß ich. Aber in anderen Pokémon-Teilen gibt es das Handy nicht. Die haben gewusst, dass es ein Schmarrn war. Ich hätte es auch rausgetan, das Handy wieder bei einem anderen Teil. Das ist doch ein Witz. Man mag doch normales Spiel und nicht dauernd angerufen werden. Wie war eigentlich gestern, Lisa, das Mario Kart? Ich werde so gerne dabei gewinnen. Ich war aber da auf den Geburtstagsfeiern. Aber es hat echt gut ausgeschaut. Es hat bestimmt Spaß gehabt. Flucht ist unmöglich. Und es ist flüchtet. Flucht ist unmöglich und lauter fliegt verangst. Das war schon mal. Den mache ich fertig. Mario Kart war total lustig. Meiner und Copiestream hat gegen den Stream von MetaMoss geteamt. Ach, geil. Ich mag kein Teamrennen, aber eine geile Idee. Da macht es ja auch so viele Leute. War dann die Arena voll? Ah, fast. Ich will ja auch am liebsten zwei flüchten. MetaMoss hat viele Leute da, deswegen. Krass. Aber den habe ich noch gar nicht gefolgt, glaube ich. MetaMoss, muss ich mir merken. Ich hoffe, das Leveln ist nicht so langweilig. Aber es gehört irgendwie dazu, finde ich. Voll finde ich, dass das ein gutes Level hier ist. Da kann man gleich wieder heilen. Boah, jetzt zwei Walzer. Klick. Da ist ja hier. Es muss nur ein Level für die. Und ein Level für James. Und haben wir es schon. Und die anderen machen wir noch separat. Vorher haben wir Smash gespielt. Da war auch richtig lustig. Sogar Nex war mal wieder dabei. Stimmt, der war jetzt öfter nicht mehr irgendwo dabei. Bei Coppy hat er mal wieder gespielt, oder auch? Oder ne, wo war das? Bei... Wollen wir überlegen. Bei Carter Druide. War das nicht gestern? Bei Carter Druide? Hat er nicht da gespielt? Ich weiß doch alles. Ich glaube, das schaffe ich auch nicht gegen den... Bitterkus. Okay, das nervt, der Charakter. Ich lasse mich, glaube ich, am besten umbringen. Geht das? Ne, geil. Also gegen Dam... Damier Plex ist echt nervig. Der Carter Druide hat ja gestern gespielt. Haha. Ich habe meine Augen überall. Aber sonst war... Früher war er überall immer dabei. Und jetzt war ein bisschen Pause, glaube ich. Ein bisschen Pause. So, ich will irgendwie flüchten. Ich mag gleich gegen den Kämpfen. Das ist so nervig. So, Level 19, der James. Hauen wir den auch hoch. Und jetzt möchte ich auch mal Yooka-Laylee streamen. Hey. Bitte schreib mir dann, wenn du immer streamst. Damit ich das nicht verpasse. Es reicht, wenn du so 10 Minuten vorher schreibst. Hauptsache, du schreibst mal kurz dann, dass ich es... Nicht, dass ich dann irgendwie da... Da hock und du streamst und ich merke es nicht. Oh, schade, mir hat er eine Wasserattacke. Aber er macht bestimmt Brülle. Brülle. Ich habe sogar überlegt, dass ich auch... Yooka-Laylee, aber... Impossible Lair. Oder hast du das auch vor? Aber das hätte ich vielleicht nochmal streamt. Peju Kazui wird dieses Jahr, glaube ich, nichts mehr. Das mache ich viel später noch. Tiefs of the Kingdom habe ich gestern die Zora-Quests gemacht. Ich habe schon zwei Hauptquests. Mit 105 Stunden. Also meine Spiele, die jetzt momentan anstehen, bevor Benjo Katsui auch kommt. Also Zelda ist klar. Aber ich glaube, ich flüchte gleich, oder? Ja, es gibt vier Hauptquests. Wieso? Die vier Hauptquests gibt es heute. Weißt du, die vier... Genau wie Barbrezzo soweit heute. Die vier Titanen da. So ähnlich gibt es heute auch wieder ein Ding. Was jetzt zuerst kam... Also was noch... Genau, die Hälfte. Mit 105 Stunden habe ich die Hälfte. Mit 105 Stunden habe ich die Hälfte. Also was alles kommt, war eigentlich also Zelda. Tiefs of the Kingdom. Dann jetzt Oblivion. Dann kommt noch ein Head-in-Time-DLC. Habe ich geschenkt gett von James. Weil Head-in-Time habe ich ja schon durchgespielt, aber das DLC noch nicht. Dann ein Check-and-Dexter 1. Auf den Emulator. Und Check-and-Dexter 2. Und nach dem Zeug wird dann erst Banjo-Zooie kommen. Das ist natürlich nett. Und nebenbei kommen natürlich auch die großen Rollenspiele. Also nach Zelda kommt nochmal ein Zelda. Skyward Sword. Und nach Skyward Sword möchte ich... Ähm... Wind Waker und... Ich habe ja die Wii U da. Die Wii U. Wind Waker und... Twilight Princess spielen. Und es kommt ja auch noch... Lords of Fallen raus. Oh, schade. Skyward Sword. Yes. Sind schön Skyward Sword. Gibt es auch noch für die Switch. Genau. Genau, das lau ich mir aus. Das lau ich mir aus. Na, Lords of Fallen. Das ist das neue Souls-like. Und das soll sehr gut werden. Sehr, sehr gut. Lords of Fallen. Das soll sehr stark werden, das Spiel. Da bin ich ziemlich gespannt. Das Level-Bereich ist vielleicht doch nicht so gut hier, muss ich sagen. Das nervt mich, die Hirsche. Die blöden Damm-Hirsche. Elden Ring DLC. Das wird vielleicht nächstes Jahr kommen. Was mich natürlich jetzt ein bisschen hellhörig gemacht hat, war das Gerücht, oder das ist eigentlich gar kein Gerücht mehr, sondern es hat wirklich gestimmt, weil es unabhängig voneinander gesagt wurde. Von zwei oder drei Spieleherstellern, die haben bei der Gamescon die verbesserte Switch testen dürfen. Und haben Zelda Breaths of Wilds in höherer Auflösung und bessere FPS-Zahl spielen dürfen. Und diese Aussage war unabhängig voneinander. Und das ärgert mich dann schon, weil eigentlich würde ich auch gerne mit besserer Auflösung und besserer FPS-Zahl spielen. Aber da habe ich dann das Spieltisch wieder durch, wenn es nächstes Jahr kommt. Die DLC von Tier-Such-Kindern kommt gar nicht. Ach, warum darf ich nicht flüchten? Ne, 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 ne neue Switch eigentlich. Also es wird die neue Konsole... Also das sind ja wieder Gerüchte. Ich sag nur Gerüchte, gell? Aber die neue Konsole soll ja die alten Spiele wieder spielen können. Die alten Switch-Spiele sollen alle auf der neuen Konsole spielbar sein. Mit höherer Auflösung und bessere FPS-Zahl. Das werde ich trotzdem kaufen. Und Tier-Such-Kindern soll keine DLCs bekommen, hat Nintendo gesagt, Monte. Das hat Nintendo wirklich selber gesagt eigentlich. Das ist ja keine... Ach komm, was ist denn das für die Brüder Damm-Irsch-Kack? Warum darf ich eigentlich nicht flüchten mit? Aber das ist so nervig. Das ist mir egal, wie teuer die wird. Ich finde, das nächste soll ja... Ach, das ist nervig. Weißt du was, ich hab eigentlich einen schlechten Platz ausgesucht fürs Leveln. Einen richtig schlechten Platz habe ich ausgesucht. Die Damm-Irsch, die kann man ja nicht leveln. Die Hypnosen-Spammer. Also, was haben wir denn jetzt eigentlich? Level 19? Level 19. Das geht ja auch noch. Okay, der Platz ist kacke. Ich hab mich erst gefreut, dass der Platz gut ist, aber nein, der Platz ist kacke. Wir machen weiter mit dem Spiel. Wir machen jetzt weiter. Jetzt bin ich genervt gerade. Also, gekauft werden Nintendo-Konsolen eh immer, aber irgendwie wird das immer teuer. Da ist meine Fanboy-Brille von Nintendo größer als mein Geldbeutel. Jens, der Arena-Leiter, ist so cool. Auch seine Pokémon sind sehr stark. Sowohl der Tanz der Kimuro Girls als auch die Art, wie sie ihre Pokémon einsetzen, ist wunderbar. Tier-So-Kindem kriegt kein DLC. Die Fan-Brille auch größer. Nee, das wird kein DLC geben, glaube ich. Du kannst ja mal googeln. Du kannst, ähm, Monte, du kannst ja mal richtig in Google eingeben. Tier-So-Kindem, kein DLC. See, seh des Zorns, der Erscheinen eines Garstos-Schwarms. Das riecht nach Verschwörung. So, hallo Stadt. Hallo Stadt. Was haben wir denn hier? Ich will im Tanztheater üben. Kommst du mit? Nein, wir kennen uns nicht einmal. Zeit-Tier-So-Kindem soll keine Weitung kommen. Zumindest gab es aktuell keine Pläne. Ja, schau her. Habe ich doch recht gehabt. Ich finde eh, dass Tier-So-Kindem schon vollgestopft genug ist. Was wollen wir hier noch reinquetschen? Suchst du mit deinem Pokémon nach Abenteuern? Was wäre ein Abenteuer ohne eine Schatzsuche? Habe ich recht? Gut. Du trägst den wahren Abenteurer-Geist in dir. Das mag ich. Nimm das. Oh, wir kriegen ein Suchgerät. Manchmal liegen Items herum. Man leicht was sehen kann. Setz den Detektor ein, um den aufzuspüren. Ja, ja. Ich höre auch, dass sie im Turmruine von Teak-City items zu finden sind. Ah, okay. Ja, aber es wird nicht ausgeschlossen. Nee. Man kann immer noch alles machen. In Teak-City gab es mal zwei Türme. Wow, zwei Lecker auf die 12! War das zu Hause ein mächtiger fliegender Pokémon? Oh, legendäre. Doch einer der Türme brannte ab. Die beiden Pokémon wurden seitdem nie wieder gesehen. Das ist aber interessant jetzt. Wann ist das Ho-Ho und das Lucia, Lucaria, Luca? Bin hyped auf Smash. Spielst du mit? Das wäre cool, Monte. Da habe ich nämlich gleich einen Kämpfer am Anfang, weißt? Da bin ich nicht so alleine. Die durch die Stadt rannten. Das heißt, sie entstanden durch Wasser, Blitz und Feuer. Doch konnte sie ihre Kräfte nicht beherrschen. Also sind sie wie der Wind ins offene Grasland gerannt. Interessant. Also waren das doch die anderen Popvogel. Also die Arena kann man einfach so machen? Schaut gut aus. Das kann man einfach so machen. Die Trainer haben gemeine Motive. Geheime Motive. Gewinnst du, so beraten sie dir vielleicht ein paar Geheimnisse über Teak. Ich check aber nicht, wie man mit Yoshi Abbi sich retten kann. Naja, du, es ist doch ganz einfach. Du kriegst halt einen kleinen Stups nach oben, wenn du Abbi drückst. Hast du es noch nicht gemerkt? Es kursiert ein Gerücht über den Leuchtturm in Oligana City. Das Pokémon, das das Leuchtfeuer dient, wurde krank. Sieht so aus, als wäre es sie in Schwierigkeiten. Ja, aber das reicht nie. Das kriegt man im Gefühl raus. Ob es wirklich ein so großes Pokémon gibt? Wenn ja, so muss es umfassbar mächtig sein. Man kann mit Yoshi so tief sich retten. Das sieht sie doch bei meinen Spielen immer. Wenn ich zock, dann denken manche, ich bin jetzt ganz unten und bin tot und ich komme trotzdem wieder hoch. Dies geschah, als ich jung war. Der Himmel färbte sich schwarz. Ein riesiges liegendes Pokémon verdunkelte die Sonne. Ich frage mich, was das für ein Pokémon war. Es war wie ein Vogel und ein Drache. Ho, ho. Es war ho, ho. Eine historische Stadt, wo wir Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. Das ist nicht die Story-Hauptstadt hier. Kann das sein? Na, Junge? Hast du gelernt zu tanzen wie die Kimono Girls? Ich habe gehört, dass dir ein generierter Mann etwas Nettes geben wird, wenn du zu ihrem Tanztheater gehst. Muss ja jetzt mega eklig gehen und bittere Lutschtabellen lutschen. Warum denn? Warum? Oh, das ist das Kimono. Oh. Die Kimono Girls sind nicht nur großartig Tänzer. Sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich hoffe, fördere sie ständig heraus. Konnte sie aber noch nicht besiegen. Wenn du alle Kimono Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Oh, okay. Wir müssen kämpfen. Vielleicht können wir da auch die anderen ein bisschen leveln. Sag mal, Magni. Hättest du am Dienstag Zeit für Among Us, würde ich gerne nochmal mit euch spielen. Wie den einen Abend. Also Dienstag ist ja immer Gartik-Phone, aber dadurch, dass das zweimal ja nicht mehr geklappt hat, würde ich jetzt sagen, Dienstag Gartik-Phone lösche ich mal aus meinem Kalender. Weil ich glaube, dass es jetzt ein Out ist. Also Larus hat sich nicht mehr blicken lassen. Haru auch nicht mehr. Wie arbeitet ihr jetzt? Dann Huhn wäre dabei und ich. Aber meine Schwester ist so selten dabei. Und sonst war keiner mehr dabei. Deswegen können wir Dienstag Among Us machen. Du könntest ja mal meinen Discord mal reinschreiben oder so. Oder ich schreibe später mal rein. Ob da wer mitmacht. So, aber machen wir leveln. Alle Kimono Girls besiegen. Die Musik ist geil. Dienstag, Donnerstag und Montag bin ich um 16 Uhr in der Schule. Dieser Mann hat immer sein Glitzeros dabei. Er sagt, dass er sein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa ein monosynchrones Schwimmels Pokémon zu besitzen? Oh gut, sie sind so hübsch. Aber sie müssen hart trainieren. Und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Oh gut, sie sind jetzt alles getrennt, ne? Ei, ei, ei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du hast hübsche Pokémon. Die Musik ist ja geil. Darf ich sehen, wie sie die kämpfen? Also ich muss sagen, mir gefällt das Pokémon Gold. Das ist wie das bessere Pokémon Gelb. Geil. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gemeint, je neuer die Pokémon werden, die Pokémon-Teile, desto weniger mag ich die. Weil ich ja, dass ich Gold am liebsten mag. Und dann Gold weniger und immer weiter. Aber was ich jetzt merke, was die an Musik machen und an Details und an Nebengeschichten. Lamarra. Ich glaube, dass wir da verlieren. Oh, saft sind die Mäuse. Äh, wir nehmen... ...James. Jeden Tag doppelstunden Sport. Jeden Tag doppelstunden Sport kann ich doch gleich stattdessen ins Gymnasium gehen. Äh, ins Gym. Ich weiß, was du meinst. Ins Gymnasium. Ach, war knarrein. Jetzt ist er schon hier. Nein, bitte nicht Sandwürg. Bis Generation 4 geht's bergauf. Aber es bleibt wenigstens auf dem gleichen Level. Danach finde ich es etwas schwächer, aber alle Pokémon-Teile haben ihre Vorzüge. Man muss die Games auch nur eine Chance geben. Das habe ich jetzt wieder gelernt, Lisa, tatsächlich bei Starfield. Ich habe Starfield aus einem anderen Blickwinkel nochmal angefangen. Und jetzt habe ich die Vorzüge von Starfield entdeckt. Man darf bloß nicht an dem Blickwinkel rangehen, dass es ein Elder Scrolls Skyrim ist. Dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, Konfusion! Endlich, ey. Ich hoffe, die Remakes werden besser als die nächsten. Kommen noch welche Remakes? Es kommen immer Remakes, gell? Oh, du bist sehr stark. 1000 Euro. Das war ein toller Kampf. Ich würde dich gerne mal wiedersehen. Oh, gut. Ich tanze immer mit einem Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Hauptgänse und dann Remakes. Ich muss mich dann mal schlau machen, wo es überhaupt Remakes gibt. Es gibt ja auch Rubin-Remakes. Aber ich würde jetzt gerne, wenn ich jetzt dann nach Gold, würde ich ja gerne Rubin spielen. Eigentlich auch wie das Alte und nicht das Neue, dieses Rubin-Remake gibt's ja auch, oder? Dass die Leute im Internet immer alles so Trash-Talken. Nee, bei Starfield haben sie mich aber... Oh, Psyana! Ich spiel nicht Rubin, spiel's Maragd. Schau her, ich hab's mir gedacht. Dann hätte ich ja jetzt hier das Kristall spielen sollen, anstatt Gold. Und ich spiel jetzt gerade Kristall. Äh, Gold. Ähm, wir wechseln. Vielleicht schafft das Larius? Ah. Die Fehler sind violett, sind schon, naja, ungeblendlich bedürftig. Der Ruhm mit Walzer. Ich dachte, das ist nicht das Remake. Das Remake ist Omega-Grubin. Ah ja. Ja, das hab ich aber... Also das gleiche wie bei Kristall halt, oder? Weil ich hätte jetzt auch, anstatt Gold, eigentlich Kristall spielen sollen, oder? Ist doch so. Genauso ist das Montag bei Rubin. Aber ich spiele Gold. Oh, leckst's. Also, Larius ist schon stark. 300. Ah, Level 16. Wow. Oh, bei Larius fast hätte ich dich gehabt. Ach, Mann. Wie geht es dir? Ich habe einen geeinkaufen, ein nützliches Item gefunden, wie immer, das reiche, und ich hab's noch nicht mal gefunden. Tschüss. Rhythmus ist nicht nur beim Tanzen, sondern auch für Pokémon wichtig. Mrs. Frau. Ja, ganz genau. Du spielst Gold aus einem Nostilfaktor raus. Der bleibt dir bei Generation 3 doch aus. Du würdest quasi nur grundlos die schlechtere Auflage spielen. Gute Einwand. Haarspange ist doch ziemlich hübsch, oder? Möchtest du kämpfen? Dazu habe ich eine Frage. Ist Maragd auch auf Game Boy Advance rauskommen, ja oder nein? Oh, nach Tara. Ah, okay. Na dann machen wir das so, Lisa. Du hast mich überzeugt. Lisa hat mich überzeugt. Verfolgung. Geil. Ich kann mich trotzdem nur angreifen. Das ist ja geil, ja, Taki. Verfolgung. Kann er mich trotzdem angreifen, obwohl ich tausche. Mal bekommt auch Pokémon strahlender Fleischteller und strahlendes Trinkblas. Das Problem, was sie bei Pokémon gemacht haben, die Steigerung der Farben war halt ein bisschen zu hart. Von Blau und Rot ging es direkt auf Gold. Und dieses Level Rot auf Gold ist so hoch, dass sie sich immer höher steigern mussten. Die hätten ja theoretisch sagen können, okay, Blau-Rot. Dann andere Farben. Aber dann mussten sie dann von Gold auf Rubin. Und was ist wertvoller als Rubin? Ganz schön schwierig eigentlich. Und jetzt sind sie natürlich, dann haben sie keine Ideen mehr gehabt. Und jetzt gibt es keine anderen Farben, wie Türkis einmal oder so. Weil Türkis ist nicht so schlecht. Jedem Moment steckte ich mir eine andere Blume in die Spange. Ah. Diamant, genau. Diamant. Rubin, dann Diamant. Ich heil mich mal. Also, die Steigerungen der Farben sind schon extrem. Jetzt Pokémon auf Gameboy für Switch. Nein. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Lisa, kannst du mir das mal erklären? Wir haben eine Gameboy-Advance-App. Wir haben eine Gameboy-App. Aber warum gibt es denn eigentlich diese Switch-Apps? Warum gibt es da keine Pokémon-Spiele? Weil dann bräuchte ich nicht so einen blöden Emulator aktivieren. Warum machen die keine Pokémon-Spiele? Lisa schreibt, Samarakt ist auch ein Gameboy-Advance-Spiel. Und alles sieht auch genauso aus, wie bei Rubin und Sophia. Das ist nur ein bisschen besser. Also wirklich, ich habe damals Samarakt als erstes gespielt. Und erst später nochmal Rubin angeschaut. Und Samarakt ist einfach genau dieselbe Edition und besser. Vielleicht kommt das noch. Ja, vielleicht. Vielleicht. Lisa. Du bist ein süßer Trainer. Vielleicht ist es schon 17.30. Hey, die Zeit vergeht bei dem Spiel. Also die Arena machen wir dann beim nächsten Mal. Aquana. Ich glaube, Lisa ist ein Fan von dem Kimo... Ich glaube, die Lisa wäre bei dem Kimo-Nutent-Tanz-Treffen mit dabei. Bei denen die Pokémon, oder? Das wäre doch was für die Lisa hier. Auf jeden Fall. Ich liebe Revolution und Eole-Entwicklungen. Äh. Also Walzer finde ich saugut, die Attacke. Weil ich meine, die Gegner, die machen ja mal so wie Sandwirbel. Und dann wird das immer stärker, immer stärker, immer stärker. Weil ich treffe halt immer. Also Walzer ist eigentlich einer meiner liebsten Attacken. Oh nein, er geht daneben, okay. Oh, jetzt müssen wir wieder von neuem anfangen. Oh, bitte, Kuss. Jetzt wird's gefährlich. Pyrok wird noch badass. Pyrok? Oh, jetzt wird's aber gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Oh, Kopfnuss. Ich hab keine Tränke, oder? Ich glaube, ich hab keine Tränke. Ich muss unbedingt mal wieder einkaufen gehen. Unbedingt. Super Trank, doch. Autsch. Nein. Aquachnare. Das schöne, oh. Die schöne Emotes mit den Evolies. Der Mooglurock sieht geil aus. Ich mag das Blau und Schwarz. Wo denn? Was, wo siehst du eigentlich einen Gloorock? Ich seh keinen Gloorock. Oder meinst du bei mir? Das ist Aquana. Ich seh keinen Gloorock. Google? Achso. Au. So, jetzt haben wir Level 20 Larius. Dann machen wir den nächsten noch mit einem anderen Gegner. Babadabam. Babadabapada. Ja, da haben wir doch das erreicht, was ich gebraucht hab. Mein Level 20 Pokémon. Ich hab viel trainiert. Also dachte ich, ich wäre gut. Aber ich bin es wohl doch nicht. Gefällt mir dein Tanz? Ich kann mich auch gut mit Gugman auskennen. Er spricht von Mega-Guglock. Das sagt mir natürlich nix. Aber nur mal aufpassen. Huhn können wir nicht nehmen. Müssen wir Haru nehmen. Oder Lisa. Nein, Haru. Blitzer ist mein Lieblings. Das sah so schön aus. Das ist schön gold und weiß. Ich glaube ich muss fast diese Schneider machen. Oder aus hier Blatt. Gibt das was ab? Ich weiß nicht. Können wir mal testen. Die Schneider gibt doch immer viel ab. Ich glaube unser Lorblatt wird es gut. Also unser Wie heißt das jetzt? Ist das schon Lorblatt? Warum ein Divi? Nichts. Lorblatt ist die dritte Entwicklung. Wie heißt denn das andere? Das was ich jetzt gar nicht hab. Ne, es heißt Lorblatt. Hm. Du kennst dich gar gut aus mit Pokémon. Wailord. Das ist Lorblatt, die dritte Entwicklung des Meganie. Sorry. Tut mir leid. Ich werde nicht aufhören zu tanzen. Solange es Leute gibt, denen die da doch Freude bereite. Auch meine Pokémon unterstützt mich dabei. Holen wir uns jetzt mal die, ähm, Belohnung ab. Die Kimono Girls sind nicht nur große... Ja, genau. Bla, bla. Ja. Die Art wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir das was geben. VM sogar. Surfer! Oh, nein. Leute, wir kommen so stark voran. Wir kommen so stark voran. Obwohl, wir haben jetzt ja schon eine Stunde 40. Und ich hab... Bei einer Stunde 40 hab ich jetzt eine... Ein Dorf kurz Hallo gesagt. Äh, die dritte... VM, das braucht Woody für seinen Server. Endlich, hey. Okay, unser Flagman wird ganz schön stark. Unser James. Konfession. Soll ich auch keine Gnade weg tun für Server? Lisa? Oder brauche ich die... Die hat jetzt so wenig. Angriffspunkte, AP da, oder... Hat sie mir kurz... Ah, okay. Danke. So, Level 17 ist die Anna. Jetzt machen wir die Anna auf Level 20. Schaut euch mal das an, wie schön das ausschaut hier. Haru 21, Lisa 21, Lares 20, Huhn 20, James 20, Anna 17. Das schaut doch richtig gut aus. So, wir können jetzt die letzten 20 Minuten noch reden. Mit den Leuten. Was ich auch noch gerne hätte, zuerst, dass ich den Bill mal daheim besuche, aber das schafft wahrscheinlich heute nicht mehr. Setzt Superleber ein, macht einen besiegt das Pokémon wieder auf. Na ja, doch, vielleicht schaffen wir es noch. Und beide sind Spezialattacken. Da ist ja Surfer besser, ja. Ich war bloß überlegt, ob das gleich Surfer nicht so oft einsetzen kann, aber doch. Das Presse das Weitlichsee für die Füße und Gründung wäre, also, dass man mehr von den Weißen erfährt. Stimmt. Ja, wir haben ja, Smash ist schon gleich soweit. Ich bin schon halb in Smash drin, aber das Evoli meines Freundes wurde zu einem Nachthara. Ich frage mich, wieso? Wir haben uns ja gleich aufgezogen. Mein Evoli entwickelt sich zu Sianer. Das hat bestimmt was mit Tag und Nacht zu tun, oder? Wieso? Willkommen. Womit kann ich verheblich sein? Superbälle. Machen wir 11, oder? Nee. Ein Supertrank. Machen wir 11. Jetzt haben wir wieder Pleite. Das brauchen wir, Leute. Das brauchen wir. Sianer wird es, wenn es zu Zugeneidigung am Tag macht Tag oder bei Nacht. Ah, schön. Bin ich gleich dahinter gestiegen. Da können wir jetzt Surfer machen. Ah, hier gibt es aber noch ein bisschen was zu bereden hier. So, das haben wir gemacht. Den Markt. Nein, okay, da war kein Haus mehr. Nicht, dass ich wieder so eine Gärtnerei übersehe. Es gab zwei Türmen in Tick City. Eine im Osten und eine im Westen. Ich habe noch gar keinen Turm gesehen, oder? Das ist der Turm. Zwei Türme, zwei Pokémon. Aber als einer Niederbrannte folgen beide Pokémon fort und nie wieder zurück. Der Zinnturm ist als Blutstätte für fliegende Pokémon gedacht. Oh, das ist wirklich vielleicht. Wenn du nicht im Besitz worden ist von Tick City bist, darfst du den Zinnturm nicht betreten. Okay, gut. Weißt du, was ich richtig mag? Wie die Tageszeiten in dem Game aussehen. Wie es aussieht, wenn man es nachts isst, total cozy. Das muss ich auch sagen. Vor allem, ich muss damit... Ich habe ja irgendwie gehört oder gesehen, dass die Wachen nachts mit dir kämpfen können. Ich hörte, dass Pokémon am See des Zorns Unruhe stiften. Das würde mich echt gerne mal interessieren. Dieses geschah... Achso, okay. Kämmer schon. Es kursiert ein Gerücht über den Leuchtturm in Oliviana City. Das Pokémon, das das Leuchtfeuer bringt, wurde krank. Sieht so aus, als wären sie in Schwierigkeiten. Das war es, glaube ich, schon, oder? hier. Er hat trust dich sogar in der Generation 4 noch ein Ding mit den Wachen cool gemacht, weil nachts bist du für Volizisten Verdächtiger. Stimmt genau. Aber dass sie das nicht gleich angreifen, ist schon gemein. Oh, was gibt's denn da? Turmruine. Das Feuer hat zerstört worden. Nicht betreten. Der Turm war ursprünglich viel höher, aber er wurde durch ein Feuer beschädigt. das war der Turm. Oh nein! Ich bin doch gar nicht bereit. Bist du es? Akuma, du wirst stärker werden, also kommst du hierher, um das legendäres Pokémon, das hier sein soll, zu fangen. Ist es nicht so? Nun, das wird nicht passieren, weil ich es nämlich fangen werde. Ich werde der beste Trainer der Welt sein, also stimme mir ein legendäres Pokémon Kutus zu richten. Mich nervt es, dass ständig so Schwächlinge wie du auftauchen. Oh nein! Oh nein! Ich hab Angst. Akuma. Apollo, oh nein! Level 20. Jetzt hab ich richtig Angst. Wir haben Konfusion, wir haben Konfusion. Nicht betreten. Also wenn wir Games als Spielsatz nicht betreten, dann kann ich doch... Boah, was macht denn der? Der belebt James mit einem Fluch. Schnell Konfusion machen. Oh nein! Bitte nicht parallelisiert. Oh nein! Wie gut! Oh nein! Der Fluch! Das gleiche wieder weg. Oh nein! Das wird schwierig, Leute. Nein! Paulisiert! Ah, gut. Oh nein! Oh nein! Und jetzt? Magnetilo. Oh, der hat dann irgendwann Magneton. Das ist aber gemein. Der macht mir nach. Wir nehmen mal Haru. Oh, süß. Ich möchte heute meinen nächsten Pokémon wieder Magnetilo haben. So. Aber ich mach Pikachu. Nächstes Pokémon wird Pikachu. mein nächstes Pokémon-Spiel. Pikachu ist süßer. Das geht wenig ab, weil das Stahl ist, gell? Das ist Stahl. Vielleicht hätte ich Feuer-Pokémon immer sollen. Aber das geht auch wenig ab, der Stahl. Ah, das wird doch schwierig, Leute. Das wird aber schwierig. Machen wir jetzt. Hm. James ist doof. Ah, laurig ist das nicht Levels. Strom gegen Strom. Ich hab jetzt den nochmal weggemacht. Vielleicht heilen wir uns den nochmal. nochmal. Es gibt auch wenig ab. Wir brauchen ein Feuer-Pokémon gegen Magneton. Normal-Attacken sind nicht gut. Eieieiei. Ganz schön schwierig, Leute. Machen wir jetzt. Wir heilen nochmal Haru. Ich hab nicht damit gerechnet, dass das jetzt so ein Kampf wird. Wo ist er das? Das sind die Fahrrad- Angldinger, Tockebälle. Sind die so weit unten, die Supertrinke? Puh. Oder wir heilen die so. Machen wir jetzt. Ist jetzt auch schon mal egal, was wir machen. Nein. Dann können wir gleich da mal schon machen, oder? Wenn es auch wenig gibt. Na, schau her. Geht doch. Gut. Weil der hat nämlich diese Magnet dran. Weg mit dir. Was? Igel was, was? Igel lavar. Oh, nein. Das ist der Feuerkacker. Okay. Der schaut cool aus. Autsch. Ja, gut. Level 22 ist er. Vielleicht sollen wir den erst nach dem Trainer machen. Nach der Arena-Leiter. Wie gibt es Sternenschauer ab? Genauso viel. Das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon. Tackle? Wir probieren. Nein. Sie schenken sich gar nichts. Okay, das war wenig. Das hilft jetzt nichts. Es wird ein spannender Kampf. Das hilft jetzt nichts. Alles geht gleich viel ab. Eieiei, jetzt macht er bloß Blut. Er spielt zu gut. Ich setze ihn auf Lisa. Die macht das so gut gerade. Die kann paralysieren. Genau. Ach komm. Bitte. Ich triff halt einfach. Oh, der Nächstast spielt Armored Core 6. Hat er es heute gekauft erst? Ich habe es heute meinen Kumpel empfohlen. Weil der nämlich ein neues Spiel sucht. Und ich habe es bei Game 2 gestern angeschaut. Super. Da bleiben wir dabei. Und ich habe es heute noch ein neues Spiel. Und ich schock. Weg mit dir. Ich kaufe dir mal Undertale. Das ist aber so englisch. Ich werde die Undertale schon kaufen, aber da brauche ich dann Hilfe bei der Lisa. Von der Lisa. Ich habe schon gesagt, dass ich es irgendwann mal spiele. Irgendwann mal. Wie das Team ermöglicht es nicht, wenn die Führzahlen genannt werden. Drei Leute on Steam. Mir macht das aber nichts. Also Also die Führzahl habe ich schon immer aktiv, aber mir ist es so wurscht, weil mir reicht auch, wenn Null zuschauen, würde mir auch reichen, weil ich nehme es auch gerne für mich halt auf, solche Videos. Man sollte irgendwie nicht versuchen, so viel wie möglich zu haben. Ich hasse es, gegen Schwächlinge mit dich anzutreten. Es ist keine Herausforderung. Beinhart! Beinhart. Aber egal. Du wärst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen. Tja. Gott. Oh, ein Jongleur ruft an. Wenn du weißt, bist du am Start, okay? Oh, das wird auch noch dauern, bis ich das mache. Hallo Akuma und tschüss Akuma. So, wir gehen jetzt wieder raus, weil das anscheinend ein Dungeon ist. Das ist anscheinend ein Dungeon. So, ansonsten haben wir jetzt alles, oder? Dann können wir jetzt nochmal kurz zum Bild schauen, oder? Dann können wir die Arena machen und dann den Turm. Also nicht heute, sondern beim nächsten Mal. So, Akuma, erzähl mir, wie war denn das Turnier so? Wie war dein Turnier? Schwierig wahrscheinlich. Meine Gegner sind alle so schwer. Das habe ich gesehen. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich heute auch Turnier spielen soll. Aber ich traue mich irgendwie nicht mehr. Ich bin zu schlecht geworden. Aber es macht trotzdem Spaß. So, wir kommen da. So, die machen wir fertig. Level 17 hat bloß drei Attacken. Was soll denn das? Und dann muss ich nur ganz schön was abschauen von euch. Aber schön schaut der Hund aus. Er ist eine Runde gegen Joska. Oh nein. Und dann gegen Pikachu. Oh, da hat es sich aber nicht gut erwischt. Da hat es sich aber nicht gut erwischt. Hättest Mario sagen sollen, das soll ich was anderes geben. Ah, mein Akuma. Oh, das soll ich denn gegen Pikachu machen. Wir müssen mal Lisa wieder öfter mit uns spielen. Obwohl, die hat ja auch Snake gespielt. Da war ich nicht da. Gestreamt. Ja, gestern war das. Genau. Wo war Bill? Der war links, oder? Bill war links. Ne, hör mal. Kennen wir den schon? Jetzt können wir sogar in eine Dunkelhöhle gehen. Mit dem Surfer. Hallo Magnet. Tu uns einen Gefallen und nimm dieses... Lisa. Nimm dieses Lisa. Es kam mir her, als ich an der Zeitkapsel gearbeitet habe. Jemand sollte sich für ihn kümmern. Aber ich gebe ihn nicht gerne raus. Du wirst für dich nicht mit ihm spielen. Ich wusste, es ist großartig. Du bist ein wahrer Held. Süß. Moment, du hast keinen Platz mehr. Jetzt holen wir uns mal schnell ab. Das ist ja für 10, ey. Aber ich habe keinen Platz mehr im Team, Lisa. Außer natürlich, ich soll das Schaf wegtun. Und dafür Blitzer. Ähm, leveln. Ganz nice. Dann muss ich halt Blitzer umnennen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich Evoli bekomme. Wäre ich dabei? Schauen wir mal, welches Level das dann ist. Ähm. Oh, das ist so ein bisschen schade, weil ich habe mir jetzt nicht... Das Schaf ist einer meiner besten Pokémon. Das ist eigentlich mein zweitbestes oder bestes Pokémon. Die Lisa. Donnerwelle. Blitz. Sternschauer. Eigentlich liebe ich das Schaf. Ich kann nicht über das Herz. Das muss ich mir über Nacht überlegen, gell? Das muss... Da muss ich eine Nacht drüber schlafen, Lisa. Aber das geht jetzt nicht. Das fand ich nicht so entscheidend. Dann hätten wir... Theoretisch wäre das eigentlich schon lustig, weil... Bei Pokémon Gold hat man auch Quana gehabt. Bei Pokémon Gold haben wir jetzt einen Blitzer. Dann können wir bei Pokémon Rubin... Keine Ahnung. Also immer eine Evoli-Entwicklung nehmen, halt immer andere. Bei jedem Stream, bei jedem Let's Player, andere Evoli-Entwicklung. Und immer Lisa. Ich bin ein wahrer Held. Okay, ich zähle auf dich. Pass gut drauf auf. Ja, Lisa. Auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir erstmal zwei Lisas. Das hilft jetzt nichts. Nein. Äh... Level 20! Tackle, Rufnanschatz, Sandwirt und Heule. Einfach Level 20! Oh... Wir kriegen jetzt einen Donnerstein her. Aber wir müssen... Bewegen uns... Uns gehört das... Uns gehört das Lisa noch nicht, oder? Lisa und das Evoli gehört uns noch nicht, oder? Wir müssen uns erstmal drum spielen. Ich glaube, dass wir das wieder zurückgeben müssen. Aber dann sagt er... Die ganze Beuten. Na egal. Jetzt machen wir mal... Jetzt speichern wir und dann machen wir Smash. Dann kann ich mir drüber Gedanken machen. Das gehört mir jetzt, oder? Das gehört mir jetzt, oder? Krass. Okay, Akuma ist ein bisschen... Äh... Niedergeschlagen wieder, oder was? ulen, Bernstein, ruf quê? Hat das scheinen? Ich dialogue нар